14. März 2022, hier haben wir unsere ganz großen Pflanzen in 15-20 Liter Containern und die sind schon wirklich dick. Daumendick sind die alle. Die sind dick als ein Daumen. Sowas kostet schon 200 Euro beim Bio-Vogenhof. Ich bin ja 6 Fuß groß, 1,83 Meter. Die sind zu groß, die Pflanzen. Dann werden wir mal die Infine suchen.